Liebe Zuschauer von KTV, Max und Jonas, die Oper, sie singen für Sie Osterlieder aus dem Petersdom. 2021 nahmen Maximilian Daum und Jonas Würmeling für KTV in einer besonderen Kooperation mit Radio Vatikan Osterlieder im menschenleeren Petersdom in Rom auf. Unsere Sendetermine für Sie Ostersonntag, 17.04.17.30 Uhr, Ostermontag, 18.04.18 Uhr und in der Osterwoche am Dienstag, 19.04.21.15 Uhr, Mittwoch, 20.04.18 Uhr und am Donnerstag in der Osterwoche, 21.04. um 11 Uhr. Schalten Sie ein. Wir freuen uns auf Sie. Schalten Sie ein.